Seid ihr sicher, wir sehen keinen Weg. Haltet zusammen, Männer. Ein Hammer dauernd kriegt, na klasse. 17 Bogenschützen. Ich kann das theoretisch auch in der Mauer auskämpfen, oder? So. Gebt uns nur ein Ziel. Rauf auf die Welle! Sie ziehe ich aus. Alles gut. Sehr schön, die beiden Verteidigungsrauben rein, da brauche ich. Die kann ich nicht wegnehmen. Und hier habe ich... Kommt ihr schon wieder her. Ich sehe auch noch welche. Wir sind eure Leute. Wir sind bereit. Ich gehe mal hierher. Ja, sind auch noch sehr schön schnell. Ja, stimmt ja. Bringt sie zu Fall. Dann greift man die Typen da oben an, wenn ich die weg bin, los bin. Dann kann ich ja hier hinten angreifen, stimmt ja. Der Feind greift an. Von wo? Nicht von hier, okay. Das ist hier auf hier freien Weg. Auf mein Zeichen! Feuer! Jetzt! Und der Nächste? Gut zielen, Männer! Und der Letzte, komm! Genau, und jetzt möchte ich da hinten durchsprechen. Ich habe sechs Leute verloren. So, von wo? Ich habe die angegriffen. Ja, von wo, von wo, von wo. Hä? Von wo? Wir werden nicht angegriffen. Bogenschützen, vorbereiten! Unsere Bögen werden singen. Lali-lu, nur der Bogen, der schaut zu. Das sind Pägenierige. Fünf Stück, aber die kriegen wir mit Bogenschützen locker. Bevor die überhaupt bei uns sind, haben wir schon die ersten zwei, drei getötet. Könnten wir ein Stück dauern, bis sie fertig sind. Kann ich denn eigentlich... Ach, da stand irgendwas. Kann ich denn eigentlich ein Lager bauen? Ja, das wäre ja endkrass. Ah, Moment, da kann ich es noch bauen, sehr schön. Ein Belagerungscamp. Und da können wir bauen... Enkelgold. Wir müssen, glaube ich, wie Störmer. Wir schmegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ähm. Was sieht denn da so aus? So, sehr schön. Okay. Jetzt hier. Gebt uns nur ein Ziel. Die Menschen freuen sich über eine bevorstehende Heiratszeile. Der Feind greift an. Oh. Ich warte, bis die weg sind, ist, glaube ich, die bessere Option. Ich postiere hier in der Zeit, brauche ich hier mal ganz schnell. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Bogenschützen? Da reiten wir auf. Oh mein Gott. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Da habe ich nämlich eine kleine Finte jetzt vor. Rekruten werden benötigt, Sire. Mein Lord. Und zwar greife ich mit denen jetzt die an. Euer Zeichen, Sire. Und dafür sind die jetzt... Lasst sie fliegen! Ziel anvisieren! Bescheuert, Kräfte! Feuer frei! Sie sind dumm? Wie greifen sie denn so an? Yes! Hä? Was war denn das jetzt? Warum sind die darauf zugerannt? Der Feind greift an. Wir werden angegriffen. Ich hasse diese KI-Steuerung abgrundtief. Ich hasse diese KI-Steuerung. Ich würde dem Typen, der das gemacht hat, am besten selbst, dass ihr es persönlich hängt. Bauern werden benötigt, Sire. Bogenschätzen? Jetzt habe ich meine Bauern sinnlos in den Tod geschickt. So sind die überhaupt... Hier. Auf die Füße, Jungs. Stecht sie mit Gabeln! Macht ein Deutsch. Kommt schon, Jungs. Ja, das macht's toll. Naja, okay, gut. Huuuuh, wisst ihr, die Zeit wird schnappt. Ja, Sire. Hab natürlich auch meine gesamte Truppenflotte verloren hier. Unsere Bögen werden singen. Wegen dieser Aktion. Ein schöner Tag, mein Lord. Naja, genau das. Genauso sehe ich das auch. Euer Zeichen, Sire? Halte die mich für blöd. Ja, ziemlich. Warum lauft ihr da unten lang? Seid ihr bescheuert? Kennen wir uns? Nicht mehr lang, wenn ihr da unten lang lauft. Naja, war schön mit euch. Schießt sie auf, Männer! Oder mein Gekillt? Oder die euch. Je nachdem, wer intelligenter ist. Das werden, glaube ich, in dem Fall die da. Ich habe... ...keine Bögen mehr. Ich muss ein bisschen Holz verkaufen. ...und doch noch irgendwie Profit rauszuschlagen hier. Na, lilu, ne, 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 schau. Nicht genügend Waren. Nö, ich glaub's doch nur, du. Du, hu, hu. Einmal müsste ich vielleicht Holz behalten, fällt mir grad auf. Weil ich ja, äh, Bögen brauche. Unsere Bögen werden singen. Rauf auf die Welle! Wer ist denn da oben da eigentlich? Nee, da war keiner. Das war Einbildung. Weil ich kann hier hinten meine ganzen Truppen endlich wegmachen. Das geht mir mir auf den Sack, dass ich drei Leute gleichzeitig verteidigen muss. Wir sind bereit. Na los, komm jetzt hier alle hierher. Wir bewegen uns. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht angegriffen werde. Ich produziere schon mal nach. So, machen wir hier mal ganz kurz. Rekruten werden benötigt sein. Ja, ja, ja. Gebt uns nur ein Ziel. 13 Bauern, die kommen hierher. Meine Füße tun weh. Unsere Sehnen sind gewachsen. Und die Bogenschützen kommen hierher. Auf die Plätze, Männer! Schlicht da hin. Genau. Was für ein schöner Tag es ist sein. Jujo, was für ein schöner Tag. Der Feind greift an. Wo, greift Feind an. Nicht hier, oder? Nee, okay, sehr schön. Ich kann nämlich jetzt als allerletztes geboren, das jetzt der Feind angreift. Ich würde gerne mit dieser Truppen, wir haben jetzt nämlich schon... Oh, haben noch 53, steigen. Wir haben 20 Tage schon verballert für die Typen. Gehen in Stellung! Die anderen werden natürlich erleichtern, weil wir nur so um ein einzigste kümmern müssen, aber... Pfeile los! Lasst sie fliegen! Drogenschützen in Eheigung! Haut drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf. Sehr schön, jetzt auf den Augen. Auf Männer! Na los, macht sie kaputt. Müssen die Bogenschützen blab mal einen eigenen nach den anderen Einen. Los, drauf, 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 genau, jetzt auf den. Feuer! Ja, jetzt auf den. Ziel anvisieren! Der Feind gereicht... Oh nein, das gibt's nicht, wieso denn jetzt? Jeder Feil muss treffen! Feuer! Auf den. Feuer anlegen! Jetzt! Greif den Typ doch an! Ziel anziehen, Männer! Ja, der bescheuert, greif den Typen an! Der, der hier, greif doch einfach an! Oh, das gibt's doch nicht, wieso hat der Feind jetzt angekommen? Vor allem habe ich keine Verteidigung mehr jetzt so, oh nein! Waffen werden benötigt. Oh, das ist trotzdem ab. Wir sind bereit. Ich möchte das wohl jetzt nicht sagen, weil das ist nicht gut, dass man das sagt. Du bist hier so so ein hässlicherer Typ. Äh, das Gefühl habe ich auch. Schöner Tag, eure Hoheit. 13 Bauern. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Immer in dem Moment, wo du gerade da bist, kommen die Typen. Ich rede da jetzt mit Bauern rein. Seid gegrüßt. Auf die Füße, Jungs. Miload? Du wirst mich jetzt erstmal hiermit verteidigen. Braucht ihr etwas? Da. Wir rechnen Flugbahn. So kommen die nicht auf die Dekaterpulte rauszuschicken. Hau drauf, los, kommen wir genau jetzt. Ja, und. Hattet ihr nicht mehr gekratzt. Okay. Ich brauche jetzt ganz dringend nochmal Bewogenschützen. Waffen werden benötigt. Boah, das gibt es nicht. Ich brauche ja ein solches viel zu viele Tage an der Burg. So, komm jetzt hier. Drauf. Renn, 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 renn. Zeigt, was in euch steckt. Kommt. Ich meine, hier oben steht, vier Bogenschütze. Das kann natürlich die Schwere sein, dass die Bauern da lang genug überleben, wenn sie die Typen da so ein Blatt gemacht haben. Und da hier noch ein Angriff läuft, nee, gehe ich nicht davon aus, dass gleich noch einer kommt. Ich hoffe es zumindest nicht. Angreifen, 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 angreifen. Kommt, top, top. Sechs Bogenschütze kriegen niemals 26 Bauern. Oh, das kannst du vergessen. Morgen, Chef. Dort. Tod. Und, 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 und. Aber keine Spur von Scarecourt, fürchte ich. Diese Ratten sind ganz schön schlüpfrig. Sehr schön, jetzt alle hierher. Bogenschützen in Bewegung. Hier. Bogenschützen vorbereiten. Hierher. In Bewegung. Und weiter geht. Jetzt geht's, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt müssen wir uns beeilen. Viel zu viel Zeit. Wir haben, wir haben ja 25 Tage Zeit pro Burg. Und wir haben, wir haben 26 Tage vorbereitet. Shit. So. Hier lang. Komm. Gehen in Stellung. Ja, Sire. Hier hoch. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen? Bereit machen. Ja, okay. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Gebt uns etwas zu tun. Ja, so. Hoch damit. Rauch auf die Welle! Jetzt. Hier auch noch. Es gibt gerade nicht. Jetzt reise ich natürlich hier das normal ab. Moment. Nee, kann ich nicht reparieren. Abreißen. Was? Ich kann das nicht abreißen? Wieso nicht? Ich will das abbreißen. Ich will das auch anders im Bauen. Scheiße. Unsere Sehnen sind gewachsen. Okay, wie viele Bogenschützen habe ich hier? Bogenschützen, vorbereiten. Es ist schrecklich da draußen. Bleibt lieber drin. Der Feind greift an. Gebt uns nur ein Ziel. Der Feind hat mich anzugreifen. Hoch auf die Türme, die Trotte. Von wo greift der Feind an? Da ist eine Burg, da war es nichts. Und da greift er an. Okay. Jetzt einfach lasse ich durchlaufen. Euer Zeichen, Sire. Die kommen hinter. Und auch die zwei. Gehen hinter die Mauer. Bewege Stürmbach. Was seid ihr? Ihr seid Bogenschützen. Auf die Mauer. Auf die Bälle! Wir sind bereit. Wir bewegen uns. Ich will vollste Präzision jetzt sehen. Okay. Der Feind greift an. Der Regen ist natürlich unschön. Das ist natürlich ziemlich demotivierend für die Leute. Waffen werden benötigt, Sire. Waffen werden benötigt, Sire. Bogenschützen! Vorher halten! Der nahegekommene Sieg und der zuvorige Sieg gegen die Ratten sollte schon ganz gut gewesen sein. Wo kommen die jetzt lang? Die laufen da lang. Ich möchte es noch nicht losstürmen. Ach, aber da kommen sie auch. Mist, ist eindeutig zu lang, was die machen. Können Sie sich mal beeilen mit dem Angriff? Dann baue ich halt so lange auf Truppen und dann kann ich mit einem riesigen Schlag angreifen. Waffen werden benötigt, Sire. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen in Bewegung. Wir bewegen uns. Euer Zeichen, Sire. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Wir werden angegriffen. Ja, und zwar von zwei Seiten. Oh. Unsere Sehnen sind gewachst. Äh, hier, ihr, kommt mal, bitte. Pfeiler anlegen! Bogenschützen! Vorher halten! Lasst sie fliegen! Okay, ähm. Unsere Sehnen sind gewachst. Alle Bögen hier bitte mal auf die Typen los. Kommt schon, kommt schon. Bogenschützen! Vorbereiten! So, auf die 3, da geht es auch noch schnell und dann war es das. Von der Seite, oder? Ne, da kommt es noch mal eine kleine Armee. Das ist aber nicht schlimm. Die können ruhig herkommen. Und hier... Scheint das ist das gewesen zu sein, da kommt nichts mehr. So, dann greift man schon mal an. 3, 2, 1, und... Figaro, 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 stirbt alle! Scheint leicht unsicher zu sein, was sie tun sollen. Gebt uns hier ein Ziele. Okay, wie machst du das jetzt? 32 Bauern. Wie sieht das hier aus? 32 Bauern rennen vor. Bogenschützen, bereit machen. Zwei Ramböcke. Obwohl die Ramböcke tue ich auf das Tor schicken. Das schaffen wir schon. Sollten sie eigentlich nicht dauernd kriegen. Gebt uns nur ein Ziel. Und die Bürgenschützen fliegen hin und kommen hinterher. Gut, unsere Bürgern sind ungeduldig. Gut, gut. Los geht's.